Herzlich Willkommen zurück zu The Witness, ja The Witness, wie man irgendeine Zeit dahinter sagen. Wir haben im letzten Part, also ich habe gar keinen Sound gefühlt, ah doch es ist aber da. Wir haben im letzten Part den Bunker gemacht, wo wir ein bisschen, der war eigentlich relativ kurz, aber ein paar Rätsel waren schon ein bisschen asozial. Und jetzt sollen wir zum Sumpf, habe ich gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier der Sumpf sein soll. Das sieht mir irgendwie nicht danach aus. Warte mal. Ja gut, habe ich mir falsch gelaufen. Wir haben nicht mehr viel, den Sumpf, dann noch das Baumhaus, dann noch dieses Labyrinth, wo wir schon mal waren. Und ich glaube dann noch zwei weitere Sachen oder sogar drei. Also es ist nicht mehr ganz so viel. Wir könnten den Sumpf in dieser Folge noch schaffen, wenn ich ihn finden würde. Was ist hier? Nichts. Okay. Wir haben immerhin 14 Minuten Zeit. Geht. Ah, das sieht doch mal Sumpf aus. Ja. Ja, das sieht richtig aus. So. Ach, hier werden wir jetzt die Kästen kennen. Geht doch, ey, endlich. Wahrscheinlich ist es egal, welche Linie wir machen. Ob oben oder unten. Okay. Ah, hier geht's los. Ne, warte mal, die Kästen hatten wir doch schon, oder? Muss man die einfach nur wieder trennen, oder wie sieht das aus? Ah, das sind jetzt zwei Kästen. Dann müssen wir wahrscheinlich den hier machen. Ja, wie ist das jetzt hier eigentlich? Ja. Ja. Dann müssen wir wahrscheinlich das Viereck mit reinnehmen. Also einfach so machen. Irgendwie ist das Spiel sehr leise, gerade. Ah, ich hab den Sound bei meinem Mikro runtergedreht, deswegen. Gut, das sind ja genau die Sachen, die ich nicht verstanden hab. Kann ich jetzt den einfach machen, oder kann ich auch so machen? Muss das da einfach mit bei sein, oder wie sieht das aus? Ich probier's einfach mal. Naja, okay, dann hab ich's anscheinend doch verstanden. Warum hat das dann bei dem anderen nicht funktioniert? Okay, klar, die muss man beide trennen. Logisch. Okay, die kann man nicht trennen. Also muss man die auch nicht trennen. Okay, man kann sie trennen, muss aber nicht. Das heißt, rein theoretisch könnte ich jetzt auch einfach den hier machen. Ah. Achso. Also so. Okay, wie funktioniert das jetzt hier? Ist das genau dasselbe? Oder müssen die immer über ein... Moment, ich muss mal kurz zurückgehen. Nee, die sind ja hier auch nicht übereinander gewesen. Also ist das eigentlich genau... dasselbe Ergebnis. Hä, what the fuck? Okay. Und hier eigentlich genauso. Ach, die wollen mir damit dann nur zeigen, dass... dass es egal ist, wo es ist. Es muss halt nur... Ah, okay. So, das ist... Vierer, Dreier, das heißt. Okay. Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Jetzt müssen die beiden... auf jeden Fall zusammen sein. Wie soll denn das gehen? Achso, das ist ein Vierer. So, vielleicht? Alles geschafft. Okay, easy. So. Da man die auch zusammen machen kann, kann man rein theoretisch... Ach nee, das muss ja... Ah, das muss ja mit drin sein. Also ein... Na, fuck ist es. Also einmal so. Das geht aber nicht. Doch, Moment, das geht schon, wenn ich jetzt... Nee, das geht auch nicht. Hä? Moment. Nee, das ist ja die... Hä? Hm. Oder kann man das auch so machen? Geht das auch? Oder müssen... Die müssen ja eigentlich... Mal gucken. Nee, war klar, dass das nicht funktioniert. So funktioniert das aber nicht. Ich meine, man muss ja... Das hier wird auch nicht funktionieren. Vielleicht von oben. Hm. Hm, hm, hm. Boah, hat noch nicht mal angefangen und ich bin jetzt schon am Arsch. Super. Oh, doch so. Nee. Doch. Nee. Scheiße, das geht ja auch nicht. Fuck. Das ist ja wieder eins zu viel. Aber da kann man was machen. Hm, hm. Einfach so. Ah, okay. Alter. Das wäre eine Geburt jetzt hier schon, ey. Mal gucken, ob wir den Sumpf wirklich schaffen sollten. Ah, sieht schön aus hier. Schön bunt alles. Erinnert mich immer noch so ein bisschen an den Bunker. Bin ein bisschen geschädigt davon. Boah, kann sich ein bisschen schneller gehen, ey. Spring rüber, mach einen großen Schritt, komm. Los. Boah, Alter, ey. Das ist doch künstliche Spielzeitstreckung. Dankeschön. So. Ins Wasser darf ich nicht. Sonst werde ich nass. Okay. Hier darf ich nicht durch. Okay. Gut. Ist das auch wirklich der Sumpf? Das muss der Sumpf sein. Oh. Das sind vier, eins, zwei, drei, vier. Okay. Also einmal den hier. Also das ist jetzt schon wieder scheiße, ey. Das ist doch kackiges. Das geht auch schwer nicht. Das geht auch schwer nicht. Ah. Das wird verdammt ätzend werden hier alles. Nee, so hier. Ah. Vielleicht zu. Ah. Ah, okay. So. Jawohl. Ach, das sind zwei Rätsel. Oh, nee. Hä, sind das nicht dieselben? Ah, nee. Das ist kleiner. Ich glaube, das ist genau das selbe Ding so. Nee, doch nicht. Scheiße. Da muss man jetzt alle miteinander verbinden. Dann fange ich mal oben an. Mache ich einfach den. Den. Scheiße. Das klappt nicht. Ach so. Nee, geht der auch nicht. Mann. Verdammt. Scheiße. Die waren dann hier. Also eigentlich sieht das Muster so aus. Also nur die oberen zwei und die unteren zwei. Die müssen eigentlich nur getrennt werden. Mehr ist ja da nicht. Also eigentlich nur... Scheiße. Das macht gar keinen Sinn. Ja, das geht auch nicht. Alter, ist das... Ich meine, das geht ja nicht. Hier ist ja nicht der Ausgang. Mann. Und so ist es auch super einfach. I don't get it. Das geht auch nicht. Oder kann man das auch umdrehen? Warte mal. Geht das auch so? Das macht auch keinen Sinn. Dann sind ja wie vier. Nee, ich glaube, das muss schon richtig sein. Das geht aber auch nicht. Das muss ab hier getrennt werden einfach. Oder kann man die auch... Oder kann man die auch... Das macht ja leider keinen Sinn. Hä, wieso würde denn das hier nicht funktionieren? Das würde auch funktionieren. Ach, muss das... Hä, das muss doch gar nicht... Das muss doch gar nicht getrennt sein. Das ist doch vollkommen... Hältst mich verwirrt. Egal. Wie soll das funktionieren? Das stimmt doch irgendwas nicht. Das kann doch gar nicht gehen. Hä? Ich check dat nicht. Das geht wiederum nicht, weil... Dann das da unten ist. Ich mach dat später. Ich mach jetzt erstmal dat hier weiter. Geht nur auf den Sack. So, die vier müssen sein. Und die drei. Das heißt... Ja, eigentlich ja so, ne? Aber... Jetzt geht das schon wieder los. Ah, so. Aha. Perfekt. Hä, wie? Hä, das ist doch richtig gewesen. Das war doch... Die drei sind da zusammen und die vier da. Was ist denn daran jetzt schon wieder falsch? Ey. Leute, ich kapier's nicht. Dürfen die sich nicht übereinander... Ah, die dürfen sich wahrscheinlich... Ah, Moment. Die dürfen sich gar nicht übereinander schneiden. Das heißt, ein Punkt geht dann aus... ...automatisch weiter, oder wie ist das? Das macht aber auch keinen Sinn. Macht aber auch keinen Sinn. Diese Scheiße. Ja, rein theoretisch so halt, aber... Wie zur Hölle funktioniert das? Ich dachte, ich hab's begriffen, aber irgendwie anscheinend ja doch nicht. Das muss doch dann... Kann aber gar nicht. Ich glaub, das war auch einer dieser Stellen. Wo ich echt nicht weiterkam. Also ich weiß, dass ich das geschafft hab schon, den Sumpf, glaub ich. Aber irgendwie... Bin ich grad zu blöd dazu. Das sind die drei. Die auf jeden Fall. Und das Längliche muss ja hier sein. Das geht ja nicht anders. Mein Hirn, das tut weh. Wie soll man das machen? Gibt es hier irgendwo... Das ist auch kein gutes Beispiel. Gab es hier irgendwo... Ach, scheiße, ich muss ja wieder zurückfahren. Oh nee, kein Bock drauf. Das muss doch irgendwie funktionieren. Jetzt Bullshit einfach nur. Ach, Mann, Leute, ey. Da ist doch irgendwas nicht ganz richtig, ey. Ich hab keinen Bock, mir das Rätsel anzuschauen. Aber irgendwie... Muss ich das ja machen. Wie soll man das denn machen? Ach, Gott. Nee, ich glaub ich... Ah, ich dachte, ich hatte grad ne Idee. Aber hatte ich jetzt doch nicht mehr. Oder vielleicht... Nee, ist was, der keinen Sinn. Die einzige Idee wäre halt, den hier zu machen. Das wäre für mich auch am logischsten. Aber irgendwie anscheinend ja nicht. Das wäre die einzige Lösung. Wie denn sonst? So geht's ja auch nicht. Oh, Mann. Nee, ich check das nicht. Schade, dass man auch hier... Das find ich halt ein bisschen doof bei dem Spiel. Dass man hier nicht sowas sammeln kann, sag ich jetzt mal. So wie bei... Damals bei Professor Leitner konnte man immer... Irgendwelche Münzen sammeln. Irgendwelche Hinweis-Münzen oder so ein Müll. Und hier... Kann man halt sowas gar nicht sammeln, um mal zu sagen, so... Gib mir mal einen Tipp, wie geht das? Find ich ein bisschen schade. Find ich doof. Also die drei hier, ne? Die müssen auf jeden Fall zusammen sein. Okay, Leute. Scheiße, ich hab keine Maus. Da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wie das funktioniert. Anders geht. Anders ist das jetzt nicht machbar. Sonst haben wir ein Problem. Ach, nee. Dass ich das mal mache, ey. So. Auf... Swamp. Oh, erst mal Werbung. Gut. Probier's nochmal so lange weiter. So, Moment. Zack, zack, zack. Aha, Moment. Da ist das Rätsel. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Äh... Wieso so? Hä? Hä? Warum? Wieso? Ich... Versteh's nicht. Nee. Also... Angeblich... Geht das jetzt so. Aber warum? Warum ist das jetzt richtig? Na, nee, falsch. Huch, das war sogar falsch. Sogar falsch abgucken gar nicht. Das ist richtig. Aber warum? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Wow, deswegen ist das richtig. Ernsthaft? Die müssen gar nicht in einer Reihe sein. Die können einfach... Oh Gott, ist das scheiße. Ach, Mann, nee. Und ich dachte, das mit den scheiß Vögeln war schon scheiße, Mann. Das ist ja noch beschissener. Ah, jetzt wollen die mir hier weitere Lösungsvorschläge wahrscheinlich zeigen, wie das noch funktioniert. Also, die müssen eigentlich nur alle in einem Feld sein und alle abgezählt. Das sind dann 10 Kästchen. Mal wieder. Das heißt, ich könnte rein theoretisch... Warte mal. Äh... Den selben Move eigentlich nochmal machen, nur... Ach, nee. Ha, geht ja gar nicht. 1, 2, 3, 4... Ah, nee. Die müssen aber auch, glaube ich, alle schon... Es zählt jetzt nicht, dass ich dann jetzt den hier mache. Nee, das zählt nicht. Die müssen auch schon wirklich... Alle in der Form bleiben. Das heißt... Nee, sind ja gar nicht mehr da drinnen. Oh, man muss an so viel denken. Man muss daran denken, dass die drinnen sein müssen. Dass das genau dieselbe Form sein muss. Aber dass die stehen können, wo sie wollen. Das ist doch mal mega behindert. Aber dass die drinnen sind, wo sie ist. Mal Nee, das wird so ein Ding Da werden wir länger dran sitzen Shit Aber ich guck mir am Ende Einer Folge eh Moment mal Ich guck mir am Ende einer Folge eh mal die Lösung dann an Von daher Okay, nochmal tief in mich gehen So, wie geht das jetzt hier? Ja, zoomen ruhig raus Ist okay, dass man nicht reinzoomen kann Nee, man kann die Dinger hier wechseln somit Wow Also die 10 Kästchen müssen auf jeden Fall In der richtigen Reihenfolge da drin sein Das sind genau diese Das heißt, es gibt hier auch Es gab hier noch einen anderen Lösungsweg Und zwar mit dem Ding hier Rein theoretisch müsste ich dann einfach nur Den hier machen Nee, es geht ja auch Oder geht das etwa, weil Moment, geht das? Nee, er hat mich ja sogar gewundert Weil das Ding Könnte ja das hier sein Aber ist ja nicht der Fall Gut Guti, guti Warte mal Das geht ja auch nicht Nee, das geht auch nicht Da hat immer nur einen drin Oh Mann, das ist so dumm Das ist so Dämlich Ah, warte mal Nee, hä, was mach ich denn jetzt hier für Bullshit Was machst du denn hier? Hä, ich hatte doch gerade voll den Masterplan Okay Heute ist nicht mein Tag, ey Ich merke das schon Drei, drei Länglich Oh Mann Länglich, länglich Oh, warte mal Nee Nee Das geht ja auch wieder nicht Diese Mitte Wie kann das sonst funktionieren, Mann? Drei, drei Drei, drei Ich will mir nicht weiter die Lösung anschauen Nein Nein Ich will das selber schaffen Reicht schon, wenn ich Das hätte ich nie gewusst, dass das so funktioniert Ich bin der Meinung, damals habe ich bei dem Rätsel gar nicht mal so lang gebraucht Das habe ich relativ fix hinbekommen Aber irgendwie Nee I don't know Keine Ahnung Das ist jetzt schwieriger als gedacht, ey Ich dachte schon, der Bunker hat mich Hart genommen, aber Das ist ja nur ein kranker Shit hier Alter, ich gebe gleich auf, Mann Okay Ich gucke mir das jetzt nochmal kurz weiter an Ach ja, meine Moskita war nicht am hohen Jetzt, 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 jetzt Ich will das eigentlich nicht Aber ich komme sonst Ich komme sonst einfach nicht weiter Ich habe das Nee, ich merke gerade, diese Rätselart ist absolut nicht meins Das schaffe ich nicht Das soll angeblich so Ja, das macht auch Sinn Macht auch einfach Das macht auch Sinn Ah, warum macht das denn Sinn? Ich will nicht, dass was Sinn macht Das ist scheiße Das ist jetzt aber wirklich Ach nee, das muss ja mit drin sein Wann Was soll ich an so viel denken? Warte mal Die müssen ja nicht Die müssen ja gar nicht zusammen sein Reiterisch geht das doch auch so Warum denn nicht? Warum müssen die denn jetzt Ey, ganz Ich verstehe das nicht Ach Gott, nee Nee, kein Bock mehr Weißt du, da hinten Da durften die Da durften die auch getrennt sein Und hier auf einmal nicht mehr Oder habe ich hier wieder irgendwas falsch gemacht? War ich ja wieder Ich merke gerade, ich habe irgendwas falsch gemacht Stimmt ja, das muss ja hier so sein Also in die drei zu Also Ach nee, das sind vier Kästchen Oh Ich dachte, das sind fünf Okay, da habe ich mich jetzt verguckt Das heißt, das Ding Ja, das Ding kann aber auch hier und hier sein Das ist ja die Seite, Mann Wir müssen uns einfach nur einen Weg ebnen So Moment Das sind jetzt diese vier Dann haben wir noch Ich glaube, ich merke gerade, das wird nichts Das wird auch nichts Nee, das wird einfach nichts Moment Moment Nee, das geht ja auch nicht Ja, fuck Oh, ich weiß nicht, weil das nicht mit dran ist Oh Wieso ist sowas so schwer, ey Kann mir doch keiner erzählen, dass das so hart sein soll Fünf, sechs, sieben Das Ding muss da auf jeden Fall noch mit drin sein Das heißt, das ist schon mal hier vollkommener Schwachsinn, was ich hier mache, glaube ich Na wohl, eigentlich ja nicht Ich meine, wie soll ich die Sonst die beiden hier zusammen kriegen Aber warte mal, wir haben ja noch Wir haben ja noch einen mehr In Deutschland könnte ich auch den hier machen Hätte ich die fünf weg Und dann nur noch zwei Aber das macht keinen Sinn Ich glaube, das wird heute eine kürzere Folge Fuck Ich hätte nicht gedacht Oh, guck mal, das ist sogar diese Sumpfte, ey Hätte ich gedacht, dass mich die Rätselart jetzt hier so hart ran nimmt, ey Dann könnte, warte mal Dann kann man das hier doch rein theoretisch auch so machen Äh Moment Ja, machen wir das mal von unten Dann machen wir das mal von unten, äh Nee Nee, 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 nee Einteilig müssen wir nur die Beine trennen Vier Ich bin zu blöd für den Scheiß, Leute Ich glaube, das Das wird mein Nemesis hier Das schaffe ich tatsächlich nicht Das ist die erste Rätselart, die mich richtig hart überfordert Weil ich einfach nicht dieses räumliche Denken habe, dass ich jetzt hier sehe Ah, okay, warte mal Das muss doch so sein Aber das ist nicht so Das war scheiße Ach, fuck, ey Vier Ich hätte ja gesagt, guck mal So wird es auch gehen Rein theoretisch Genau dieses Muster Aber dieses Scheiß-Fick-Ding, da muss da noch drin sein Mann Das ist auch zum Keine Ahnung Da kann man sich die jetzt sogar noch aufteilen Das wäre ja ein bisschen Das würde trotzdem nichts bringen Aber das wäre ein bisschen krass Das wäre Nee Nee Du, Leute Ich glaube, das wird hier mein Ende, ey Das ist mir zu krass Ich versuch Nee Dafür fehlt mir Ich hab das doch aber geschafft Ich hab doch diese Scheiß-Troffier für den Summen Hab ich doch bekommen, oder nicht Aber ich glaube Ich glaube, nee Ich glaub, die hab ich nicht Ich weiß, dass ich hier schon überall war Da und da Daran kann ich mich erinnern Und zwar ohne Lösung Also irgendwie hab ich das ja geschafft Vielleicht hatte ich da aber auch Hilfe von einem Kumpel Hab keine Ahnung Ich glaub, ich werd mir mal oben die Dinger hier Die ganzen Dinger gleich nochmal angucken Komplett Die, die drei Also auch das nächste werde ich mir dann Das nächste werde ich mir dann auch schon mal angucken Und dann machen Und, äh, dann werde ich mal Für die nächste Aufnahme vielleicht ein bisschen Boah, jetzt soll man auf sowas kommen, ne Oder Äh Ne Das wird, glaub ich, nischt Auch allein das hier Ich mein, ich hab's ja nun schon gut versucht Dass ich die beiden zusammenkrieg Und, aber das geht ja auch nicht Und jetzt hab ich Man hat halt immer Ich hab halt immer die Befürchtung Dass, dass, dass Dass es tausende Lösungswege geben könnte Hm, Moment mal Ach ne, das muss ja Oh, das muss ja wieder anders sein Och, ist das nervig So quasi Ne, es geht ja auch Ne Ne, Leute Das war's Ich bin, ich, ich bin durch, ey Ich bin völlig fertig Vielleicht hab ich jetzt auch einfach grad nicht Brain dafür Um das hier zu lösen Das ist halt genauso wie mit den Vögeln Da hatte ich auch teilweise Ein bisschen Glück dabei Weil das war halt auch schon echt ekelhaft Aber das hier ist ja noch schwieriger Mit diesen Scheißkästchen Ich will gar nicht wissen, was da noch kommt Wahrscheinlich kommen noch Kästchen, die sich bewegen Oder diese schrägen Kästchen Wo ich mir denke, wie soll man das denn überhaupt machen Naja Gut Dann bis zur nächsten Folge Ich werd mal Ein bisschen gucken, wie das funktioniert Ach, Gott Ja Das wird schlimm Haut rein Und tschüss Und tschüss Und tschüss